Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kona und zwar mit der Folge 5. Ja, in der letzten Folge, was ist denn da passiert, da bin ich einfach nur ein bisschen durch die Gegend gefahren, hab was gesammelt, hab jetzt sogar einen getroffen, der mit der Shotgun auf mich geschossen hat, aber er würde mit mir seinen Mantel tauschen, wenn ich ihm irgendwie eine Flasche, ich denke mal, dass es Alkohol bringe und ja, und jetzt bin ich einfach mal auf der Suche und klappere im Prinzip die Map ab. Äh, ja, oh, cool, klappere die Map ab, wo ist denn im Prinzip Haus des Patrioten, wo ich vielleicht was finden könnte an, Ah, da ist nochmal so ein Ding, äh, so ein, so ein, ähm, Eisberg, genau, da ist der, genau da ist der. So, ähm, genau, ich blende mich jetzt aus, damit wir uns natürlich hier folgen, ganz dem Spiel widmen können. Und, ja, so, wo geht's denn da lang, da? Kommen wir mal, wo's da lang geht. Aber hier war ja auch der andere Posten. Ah, da ist noch einer. Ah, da ist noch einer, cool. Okay. Oh, ich werde nie wieder zurückfinden, glaube ich. Okay. Boah, man, das ist ja so schlecht. Es lädt's wieder, Mann. Da vorne, da vorne wieder einer. Ich seh's nicht. Irgendwas ist da zumindest. Ah, da, guck mal. Eishöhle. Oh! Oh! Boah! Alter! Mann! Hab ich... Boah! Jetzt hab ich kurz Schiss bekommen. Eishöhle. The cold seem to be more brutal here than anywhere else. It's seeped into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Okay. Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Wo ist denn die Höhle? Da, Eishöhle. Okay. Alter, hab ich eben Schiss bekommen. Ah, jetzt... Ich glaube, ich sterbe. Ich schaff's gar nicht mehr zurück. Ja, ja. Wusste ich, dass da eine Eishöhle geht? Okay. Also, um in die Eishöhle zu kommen, brauche ich den Mantel. Um den Mantel zu bekommen, brauche ich diese Flasche Wein. Um den Scotch oder was auch immer, die da saufen. Ja, jetzt halt... Oh, nee, ey. Wenigstens ins Fahrzeug setzen, da ist, glaube ich, warm. Oder wär mehr. Ja. Ja, puh. So, erst mal aufwärmen. Fahre ich mal ein bisschen näher zum Haus hin. Ah, da ist noch mal was. Oh, nee, diese kleinen Eisdäner, die sind ja überall, ja. So, beilt mich das jetzt? Und wir werden hier noch nicht mehr fliegen. Aber es ist auch nicht. Das Truck hat obviously seen its share of gravel roads. Karl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heart-felt prayer would bring this old Peter back from its slumber. With that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Cheap alcohol hat sich doch gut an. Back then, in Africa and elsewhere, people ready to take up arms to stand against the yoke of English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, and violent manifestos were distributed to media outlets. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against the faraway evil and pray for the revolution to arise. That man, by any reckoning, was from that very stock. From that very stock. Ok. We're going to see him now. Ok. We're going to see him now. Ok. We're going to see him. Hold. My hold. Ok. 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 Well. No one married the, protector. Ja, das, das, das ist gut, ja. So sieht's aus. Mann, hab ich mich voll erschreckt, junge Junge. Ja, malen wir mal aus. Vor allem mal wieder auf YouTube so ein License-Zeug gibt. Ein Ständer für Gewehre. Ein Ständer für Gewehre. Okay. Ah, cool. Ah, cool. Ah, Karibu, ja, fett. Ja, geil. Fett, fett, fett. Schubladen sind überbewert. Was ist das? Ja, das geht, das geht, das geht. So, ah, ah, dann bin ich hier. Ah, was ist das? Karl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. No, this was a junkman's base of operations. The guy definitely seemed like quite the expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. In the right hands, red metal could sell like hotcakes. Hotcakes. Karl now knew how to quench the drunkard's thirst. So viel gibt es. So viel gibt es, okay? 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 Gut, dann habe ich zumindest mal den Whisky. Äh, ein Foto. Ja, dann habe ich mal ein Foto gemacht. Was gibt es denn hier hinten? With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Karl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Oh. Granted, Karl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Das ist das so irgendwas. Das ist das so irgendwas. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst steige ich hier und schreibe nicht weiter. Hä? Alla. So. Dann hole ich mir mal den Mantel. Da freue ich mich schon. So, auf den Mantel. Mantel schon, Mantel schon. Karl fühlte, dass es die Mission gemacht wurde. Mit dem wickenden Nektar in seinen Händen. Dann geht es nach rechts. Ne, wo war denn der Typ eigentlich nochmal? Ich habe es hier vergessen. Ich muss da links gewesen sein. Doch da. Wo geht denn da das Ding? Dann stehe ich nicht. So, und hier noch irgendwo nach links. Also das ist wirklich das Schlimmste am ganzen Spiel. So ist es mega cool. Mal zu erforschen. Was da abgeht. Was da, was da, was da ist? Oh, es ist jetzt gar nicht. No. 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 Ich brauche noch eine Frau. Ach so, ach so, ach so, ach so! Oye oye oye, y'a un petit gars d'écarté de ma maison! Rebo! Oh, quand on cherche, on trouve! Parce que je t'aime bien, Aster va te dire quelque chose! Tu fais bien de prendre ma pélisse, parce que par là-bas, tu verras... ...tu verras... ...de vrai froid, le froid qui glace, comme tu en as jamais connu dans ta vie! Hehehehe! ...mais le mandel... ...mais le mandel! So! Cool! Yeah, geil! Haha! Haha! Ja, der Winternaut! Mon bonbonnet du Boote! Et ma ceinture, parce que je glissais beaucoup! Fett! So! Dann geht's mal weiter! Hier zurück! Strecke ich fest, oder was? Oder muss ich, klar! Ah, ne då muss ich es... ...ja... Ahh... ...ja... 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 ...da... ...ja... 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 Perfekt! Ok... ...ja... ...musik hier! Ooooooooah, das wollte ich nicht. Ähm, warte mal. Hä? Das wollte ich nicht. Ich wollte nur die Kammer, äh die Karte öffnen. Dann wenden wir mal das ganze Ding an. Karte, Karte. Geradeaus. Okay. Also einfach nur den Weg entlang. Ich bin wenigstens dick angezogen. Jetzt bin ich dick im Geschäft. Wo, 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 wo. Boah. Entweder, äh, die Lenkung, oder das Fahrgefühl ist besser als bei, äh, Ghost Dragon Vice Lines. Boah, ich sehe gar nichts. Was war denn das hier eigentlich? Mhm. Komm. So, dann bleiben wir hier einfach mal mitten drin stehen und gucken was hier abfällt. Halt. 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 Okay. Töne mal Halt hier hin. Halt. 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 Ah. Töne ich. Was ist das? Voller Benzinkanister reinig. Werds, mal unten. Halt. 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 Lass mal. So. Halt. Dennoch mal Holz. Okay. Oh, jetzt wird mein Inventar wieder fallen. Halt. Oh, jetzt wird mein Inventar wieder fallen. Oh, ne. So, ich frage mich wie viel ich hier einladen kann, Holz, Holz, mein Holz lassen wir da. Ah da, nicht mehr so viel, das Ding ist gleich voll. Zange, ok. Das wars? Da machen wir mal Feuer. Eine leere Flasche, perfekt. Habe ich jetzt? Hä? Ok, warte mal, ich will jetzt gucken, ob ich hier, ah cool, Feuer, ja. Wird angezeigt, cool. Ich seh schon wieder nichts. Ich weiß nicht, ob ich hier rumlaufen muss, aber wahrscheinlich da lang. Ja. Komm, steigt ein. In das tolle Auto, in das tolle Auto, leh. So. Ah, ja, das richtig. Hoffe ich. Es lädt zumindest. Was heißt das? Ich komme in ein neues Gebiet. Woah. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. 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 Und hier, da, wo ich hin wollte? Ah ja, okay. So halb. Sehr geehrter Mr. Lamoff, hier erhalten Sie die Zündkerze, die Sie für den Shidu Olympic bestellt haben. Das ist ein sehr beliebtes Modell. Deswegen ist es schwierig, in der gewohnten Zeit neue Ersatzteile dafür zu finden. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für die Werkstatt Potvin und Söhne entschieden haben. Ja, okay. Das war's. Was wir für ein Foto machen. Ja, wieder in Fotos. Ich freue mich aber dann noch was in das Haus. Es gibt kein Haus, oder was? Blöd. Ah, da sind Wölfe. Und es lädt. Da ist ein Wolf. Hallo? Zum Foto. Was, was, was? Ey, mach keinen Scheiß. Alter. Alter. Äh. So. Leg dich nie mit mir an, ey. Boah, hab ich wieder Gänsehaut bekommen. Junge, Junge. Jetzt kann ich was hin. Ah, da. Da ist was. Mal erstmal hier für ein Foto. Dann gucken wir weiter. Oh, nein. Der Blut und der Form von der Hülle im Grunde haben keine Raum für ihn. jemanden hat hier getrunken. jemanden, der Leben hat mit einer Blut-Forschung genommen. Wo war der Körper jetzt? Warum hat er getrunken, nur weil er später getrunken hat? Karl fühlt sich, als ob er in Foto war war. es wird spannend so da es jetzt so spannend wird schauen schauen wir es nicht jetzt an sondern auch erst in der nächsten folge von daher ich würde mich wieder verabschieden mit der kamera in der hand und in der nächsten folge gibt es auch direkt an dieser stelle weiter und ja feedback wie immer in die comments lasst mir ein like da und von da ich wünsche euch was und bis zum nächsten mal ciao